Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist House Immer noch mit den gleichen voll Idiotell Oh, hier ist ein Diegel Deine Mutter ist eine Diegel Geil, Alter, das wäre geil, das wäre schon geil Ja, hier ist eine Diegel Deine Mom ist ein Wüstenadler Genossein Wtf Ja, der ist ein Diegel Wann ist da los? Oh, was ist da? Oh, Alter, das ist ein Geschmack Oh, ich will sie kaputt machen Geh weg da Ach, schade Neo hat eine Granate geschmissen Wow Alter Ist da gestorben? Nein, Eddie hat sich doch echt geschmissen Mann! Oh Ich will endlich meine Träume wahr werden lassen Du solltest fliegen lernen? Ja Ja Wieso rennen wir eigentlich alle irgendwie hinterher? Schüss Geht das eigentlich? Oh, das geht sogar wirklich Ja, ich darf Ich will das jetzt auch mal machen Ja Mann Doch, klar Ich guck auf den Bildschirm Und sehe, dass ich den Abgrund geweiht bin Wow, nein! Nein Kriegste zurück Nein, warum bin ich geschlossen? Egal Scheiße Ich fall einfach runter Ich fall einfach runter Ah, ich fliege wie ein Quellquassbär Wuhu! Oh Mann Äh, aufm Schirm Äh Korax Mhm Ich rott einfach gelaufen sind Ja, ich hab's aufm Schirm Fick dich, Michael Fick dich einfach hart, ey Du dumme Drecksauf Schmeiß dir den Diskumbulator da überall rum Und ich fall runter Hahaha So gut Ach, du bist der Rolle gefallen Fick dich einfach Das war deine Zuneigung Das war deine Zuneigung Du darfst nicht mehr auf meinen Starborn-Server Hä? Ah, ich hab auch noch einen Spann dich jetzt War zu tief jetzt? Nein, du krieg Das war voll der Random-Kill Hä, was hab ich gemacht? Du hast mit deiner Diskumbulator runtergeschmissen am Anfang Hä? Fliege hin, ich fliege so wie du noch nie geflogen bist Ja, Fallschade Ja Willst du mitkommen? Hier ist ne Brand Hier liegt ne Brand Hier liegt ne Brand nicht Und Keine Dicks Äh Wieso bist du halbtot? Nein Weil ich hatte die Treppe hier gerade runtergefallen wie hinter dir Hallo Warum bist du halbtot? Wer ist der umgefallen? Jaja, das würde ich jetzt auch sagen Immer diese Treppenfaller So sind wir jetzt alle hier oben? Warum nicht? Geh weg, Cyv Der hat ne Granate in der Hand Oh Gott Alter Ah Ah Ich hab ein Life Hab überlebt Was ist denn? Alter, hier liegt ne Arme Von wem? Alter Weiß ich nicht Aua Ich Ich Bin zu dumm Super Ihr schießt aufeinander Und ich kill den anderen Innocenten Weißt du Der Traitor aktiviert Und die Innocenten killen sich gegenseitig Ich Ich dachte es wär vorbei Die Runde Ich hab versich dem anderen das Leben zu retten Na super Alter Alter Wo bist du? Ja, Aldi, dann belebe ihn wieder Aber mach schnell Weiß eh nicht wo der Lee Bin die Bin die? Ja Der Traitor Kollege weiß wo ich bin Nice Nice Sehr gut Alter, kühlt du mit deinem scheißes random Fuck Dreckspisskackteil Nächstes Mal gibts dafür ein Bann Also ich fand es sehr amüsant Ich fand das cool Das sah echt gut aus von da hinten Penis-Bann Alle werden lachen so Und ich hab jetzt mal Einen live noch überlebt ey Und dann schießt du mich auch noch ab ey Das fand ich wiederum gut Könnte ja nur ein Traitor gewesen sein Der versucht uns da oben Auffällig Wo man weiß, dass man theoretisch sogar verraten kann Wenn man runterfällt Alter Ich dachte hier kann fliegen Ich hab Fugel Mit der Slowmo war echt gut ne Ja Ja Ich hab mich total irritiert Mark 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 Ja, Enten, die aus meinem Namen bestehen. Fabi, kaufst du ein? Nein. Nein? Sicher? Alter, ich lauf hier über die Dächer. Du warst gerade in der Ecke, also da hinterm Dach und standst da so'n bisschen. Ja, ich stand da so'n bisschen. Deine Mutter steht da so'n bisschen. Meine Mutter steht auch im Ball. Abi, ich hab ne Disco-Bomb. Verpiss dich. Verpiss dich, ich schieß dich eiskalt ab, wo ist XÜV? Weiß ich nicht. Ich bin woanders. Oder wer hat ne Disco? Nutte. Ich nicht. Kielern hat eingekauft, ich hab's gesehen. Was hab ich eingekauft? Du hast eingekauft, du standst da ne ganze Zeit. Alter, geh, verpiss dich, Michael! Ich guck doch nur. Alter! Aaaaaaah! Frison! Was war... Was war das Friendship gewesen? Zu dumm und zu kappen, oder was? Aaaaaaah! Nein, es leckt! Hä? Es leckt nie, oder? Hili, bist du das mit dein Legender? Nein, das ist der Friendship-Team. Irgendjemand hat irgendwas... Keine essentiell ist auf dieser Karte getroffen. Deswegen konnte ich da auch nicht hochfliegen gerade. Verdammt! Alter, das... Das ist f*** voll raumt! TÜV! Bleib mal stehen! Na, hör auf mich auf zu schießen! Der ganze Server lag. Moment, Moment! Es geht wieder, es geht wieder! Der Friendship-Beam ist weg! Ja, geil! Ist alles Michael-Trill. Ja, Neo. Na, Demo. Ja, ich bin auch hier. Hast du ein Problem damit, oder was? Ja, natürlich! Sowohl du Traitern bist. Moment, hast du keinen Schaden genommen? Doch, habe ich einen Schaden. Ach, der ist weg. Michael, was geht? Ich habe nur einen Granat runtergeschmissen. Ja, zu uns hin! Nein! So witz! Komm! Tötet mich! Na los! Geschmuchtel! Komm noch her! Alter! Ich könnte lieber ZÜV! Hä? Und er war inno. Hä? Und du hast Mark damit einfach davon kommen lassen? Ja. Ja! Ja! Alle lassen dich davon kommen und ich darf sie davon kommen, und ich darf sie davon kommen. Moment, 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 Moment. Warum nicht? Mark, das war diese Runde, wo wir uns am Anfang so angestanden. Ja. Aber dann sagst du... Ja, gut, dann bist du krug. Ich habe ja sogar gesagt, ich habe ja sogar angekündigt, dass ich ihn töte. Ja, damit schieß Michael, weil Michael muss es dann sein. Wow! Ja, genau. Ich bin ziemlich sicher, dass Michaels ist. Wenn Mark... ihn da tötet, und sagt, ich erschieße ihn jetzt so... Mark könnte mich gerade aus deinem toten Winkel erschießen. Ja, warum tut Mark das nicht? Also ist er nicht Traitor? Ja. Ja. Und du? Vielleicht seid ihr beide das. Ja, wir sind beide Traitor. Deswegen redest du auch noch. Ja. Good job, Mark. Echser. Lebst du noch, Michael? Ja. Äh, schieb doch auf mich! Ja, weil du sagst das gut drauf. Ich habe mich auf ihn geschossen! Michael, was geht? Nicht viel. Na, das ist doch nice. Der war es doch nicht. Denny? Hä? Dein Ernst? Ich habe noch 8 HP. Wir haben außerdem keine andere Traitor noch überlebt haben. Warte, ich guck nach. Außerdem, wenn du ihn... Du hast ihn eh nicht RDM. Wenn dann ist er Traitor gewesen oder der Traitor hat ihn gekillt von hinten. Ja, der stand hinten in der Ecke. Guck mal, er hat sogar Fabi getötet. Siehste. Also, haben wir... Haben wir nicht RDM? Er hat tatsächlich einen Inno getötet. Wir hatten Recht. Ja, aber wo ist der andere... Wo ist der Traitor? War im Singletorm und schießt vermutlich gerade auf dich. Deswegen ist das Glas auch bei dir kaputt gegangen. Mark? Ganzhaft. Wenn Mike mir jetzt so sehr... Nicht so sehr angeschossen hat, ne? Mach die ganze Sache nicht leichter. Was dreht denn? Mach grad nachdenken vor allem erstmal. Rede die Opfer. Ich weiß noch nicht wer das ist. Scheiß egal. Sonst müsst ihr sicher die Toten unterhalten. Denk ein Lied. Hau. 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 Guten Abend, gute Nacht. Klappe einfach bis zum Racht. Also Mark, wie geht's dir so, ne? Bin tot. Ja, ich weiß, dass du bist. Du bist die Heilige, dass hier die Asiate ist. Was treten, traitor. Warum? Redet endlich miteinander. Oh Gott. Schlafen wir ein und die Leute dies angucken. Ja eben, wir sind doch alle gerade voll effektiv. Magina. was will man von einem ecken kämpenden asiaten erwarten ich habe 8 hp außerdem bin ich der innocenter also ich gewinne auch wenn die zeit vorbei ist ja das kann aber noch dauern wir haben hasten mode kannst du mir auch sagen dass da unten in der ecke steht ich glaube wenn ich gerade müssen 2 30 kann sein henni was hast du eben gesagt dass hallo gesagt hat doch nicht nein waren nur zehn sekunden in dem hotel ja kein geld ok machen wir das ab sofort jetzt keine disco bomben hier auf dieser map ja gerade genau michael gerade du also keine freundin kurz hier mag wer hat sich da gerade hingelegt michael du weißt es noch preparing note hast du dich weiter hier aus dem tor mitgehen lassen ja die giegel in der ecke hast du genommen oder nein warte guck mal hier lieber weg von dem fass da ich bin in einem haus woa ist sie ernsthaft explodiert hallo da kommt doch gleich noch einer da sind zwei das ist man ich habe auch mein namen zu verunstalten ich habe einen verfluchten marienkäfer auf meiner lampe ich habe einen marienkäfer auf meiner lampe ich bin halb tot also ich wusste nicht dass das passiert im haus gepackt da lebt noch einer ist tot der hat der ding ist gerade runter ich weiß nicht endlich glaube ich oder wer war das konnte geschmissen was hast du da gewick mir den scheiß ach eddie war es ja ist doch doch nur verarschen wirst du denn er die war es und er hat einen runtergeschmissen was ist das denn das ist eine ganz normale ax guck doch mal hier lauf drüber da passiert nichts ach was war das denn holy shit alter hau ab ich hab doch gerade eddie getötet man der war doch später lebt er noch weiß nicht redet ja keiner naja guck mal theoretisch hätte ich so easy kaufen können und nicht töten können na traust du mir so hart schwul hab ich irgendwie katzenfutter am arsch aber angst versteck mich lass mich alle in ruhe was ich rauch mein ganja den ganzen Tag ganz egal wer auch immer was dagegen sagt rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt okay 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 mei mal jetzt ist jetzt jetzt kommt es darauf an hier hier ist jetzt sniper elite das neue let's play du bist ne sniper verdammt du bist ne sniper verdammt du bist ne sniper verdammt ganze du bist ein dreckiges kleines arschloch wer hat die scheiß granate eigentlich jetzt geworfen ja bewahrt dass die brandgranate das war ich das war wieder voll random da waren drei granaten brandgranaten werden übrigens nicht weil ich sie nicht sehen kann ok nicht um jemanden zu töten mega asozial ja dann patch die granaten noch raus geht ja nicht die gönner fest zum spiel das geht bestimmt wird damit auskennen michael ich will es aber nicht kennen wir damit auch gerade im shop drin ich hab das gesehen wer hat geschockt quarschen weiche weg mit dem hat mit seinem kopf jemand schießt auf mich von oben aus dem tower kilian hat und er schießt auf mich kaputt du hast davon da oben auf mich kaputt gemacht irgendjemand schießt auf mich er schießt auf mich er schießt einfach auf mich was machst du da er versucht zu schweben mit was anderem als dem ding ja warum bin ich denn ich habe nicht meine waffe ich glaube ich nur mit meiner achse ein bisschen rum sind zwei tote hinten er lebt denn überhaupt noch ich bist du der einzigste da lebt bestimmt noch jemand warum bin ich denn voll wichser das war von Anfang an Leute bis zur nächsten folge reingehauen auf wieder schauen bis zur nächsten bis zur nächsten Untertitelung des ZDF für funk, 2017